Kapitulieren! Niemals! Das ist empört! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu nehmen habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Verhandlungen aufnehmen! Ich will auch hier, meine Herren! Eine Kapitulation unterschreibe ich früher! Setzen Sie sofort ein Schreiben an Marschall Schukhoff auf. An Marschall Schukhoff? Was geht hier vor? Wenn die Frauen es waren, würden Sie nicht die Stadt den Rücken übergeben. Dann muss ich Sie was finden. Der Führer der Telekatie durch jede Karte von der Karte!